Heute bin ich Miraculix, der Druide. Ich muss leider keinen Kupferkessel, aber ich habe einen Plastikbehälter gekauft, um meine Biostimulantien zu mischen. Das habe ich letztes Jahr nicht wirklich regelmäßig gemacht. Was möchte ich dieses Jahr ganz, ganz regelmäßig tun? Biostimulantien, also das Lithium, Alge, Resisto heißt das Zeug, das ist auch so ein Pflanzenextrakt-Gemisch und, was haben wir noch, genau, und natürlich Aqua Plus, also ein Mittel, um diese verschiedenen Flüssigkeiten gut zu mischen. Und ich will diese Flüssigkeiten hier in diesem kleinen Behälter vormischen, dann ordentlich schütteln und dann in meinen großen Sprühwagen reinkippen. Und ich wollte gerade noch mal hier die richtige Menge draufschreiben, so 23 Liter. Ich hätte nämlich verschrieben, natürlich, 23 Liter müssen für 750 Quadratmeter reichen mit der grünen Düse. Ich habe mir extra eine kleine Düse gekauft, damit ich fein neblig die Biostimulant aufs Blatt sprühe. Ja, und das will ich jetzt mal ausprobieren, ob das gut funktioniert. Und zwar will ich tatsächlich alle zwei Wochen, alle zwei Wochen einmal Biostimulantien sprühen. Ich habe das jetzt überhaupt noch keine Aussage machen können, euch nichts sagen können, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht. Wir fangen jetzt an. Wir haben heute den 19. März und wird Zeit, also alle zwei Wochen Biostimulantien und alle vier Wochen das Wedding Agent. Das mache ich immer so im Wochenabstand. Also diese Woche Biostimulantien, dann nächste Woche Montag wahrscheinlich, dann oder Sonntag, das ist ja nicht so laut, das Wedding Agent und dann immer im Wechsel, sodass man alle zwei Wochen eben einmal die Biostimulantien sprüht und alle vier Wochen das Wedding Agent sprüht. Das ist tatsächlich sehr sinnvoll, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen, um die Wasseraufnahmefähigkeit zu erhöhen, gerade bei sandigen Böden, um die Pflanzen optimal mit Wasser zu versorgen und um die Pflanzen wirklich gut zu stärken. Das sind Stärkungsmittel und keine Nährstoffe, vor allem kein Stickstoff. Das sind Pflanzen Stärkungsmittel. Jetzt ziehen wir das mal durch und schauen, was draus wird. Yeah! Auf jeden Fall alles gut schütteln. So, und AquaPlus brauche ich 18 Milliliter, jetzt für 6 Minuten von 8 Meter. 18 Milliliter. Das sind 10, 20... ... die Spitze. ... die Spitze. ... ... ... ... ... ... ... So, da haben wir jetzt hier 14, noch mal ein bisschen mehr, das muss ja noch mal sein. So, jetzt haben wir hier ungefähr 18, das hauen wir erst mal rein. So, 18 Millimeter, das hat mich sehr gestört beim letzten Mal, bis das so eine grandiose Puncherei ist. Wasser rein gefüllt. So, ich kann das eben super gut mischen. Super. Und jetzt wird das umgefüllt in meinen Sprühwagen und drauf gehauen. So, noch mal zumachen hier, das Ventil. Ganz sauber. Ganz sauber. Jetzt ist es nämlich super gut gemischt. Jetzt gucke ich mir noch mal das Ventil an. Das ist nicht irgendwie verdreckt, das sieht sauber aus. Das ist gut. Immer kontrollieren, ob die Ventile auch schön sauber sind. Und zack, zack, zack. Jetzt sind wir runter mit den Dingern. Öffn! Jeder. 따 dissolve. Waps! Fertig! Lapp, kurz! Ja, von jetzt sind wir. Der Wasserspiegel ist jetzt hier, so 4-5 Liter sind noch drin, also da muss ich noch mal nachrechnen. Muss ich ein bisschen langsamer gehen. Das ist mit der Dosierung echt nicht so ganz einfach. Der Wasserspiegel ist jetzt hier, so 4-5 Liter.